Ich wollte euch einmal ein weiteres Buch ans Herz legen, und zwar ist das Dock-Team aus dem Kosmos Verlag. Da sind viele tolle Sachen drin, nicht nur für Gruppenhaltung. Und eine der Sachen, die ihr bei mir selten oder gut sehen könnt, manchmal beschrieben bekommt, sind die Körperkommunikationsweisen. Denn ihr könnt mich ja meist nicht sehen, weil ich filme. Das heißt, ihr könnt weder sehen, was ich für ein Gesicht mache, noch was für ein Handzeichen. Manchmal zeige ich Aufstampfen oder auch die vorgestreckte Hand. Aber viele Dinge könnt ihr einfach nicht sehen, sodass die Videos auch immer leicht aus dem Zusammenhang gerissen sind. Deshalb lege ich euch nochmal ganz, ganz deutlich ans Herz. Macht euch mit eurer Körperkommunikation vertraut. Übt vor dem Spiegel, denn die Hunde lesen euren Körper mehr, als sie eure Worte verstehen. Und wenn ihr niedlich zu denen sprecht und der Körper ist genervt, oder ihr sprecht harsch oder barsch und der Körper ist einladend, dann wird sich der Hund immer mehr für die Körpersprache entscheiden. Also übt daran. Ihr müsst authentisch sein und das, was ihr sprecht, müsst ihr auch mit dem Körper meinen, sonst seid ihr von den Hunden direkt durchschaut und sie reagieren anders, als eure Sprache das gerne hätte.